1LIVE Domian Das 1LIVE Talk Radio 0800 5678 111 Im WDR Fernsehen und bei 1LIVE 0800 5678 111 1LIVE So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen bei unserer Freitagnacht-Ausgabe. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt hier heute Nacht, dann könnt ihr das machen. Ihr müsst einfach nur diese Nummer wählen und versuchen durchzukommen. Telefonnummer 0800 5678 111. Wir haben heute kein festes Thema. Das heißt, das sagt uns ja, dass ihr anrufen könnt zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Die Faxnummer übrigens, die hat sich auch nicht geändert. 0800 5678 110. Beide Nummern sind kostenfrei. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Marina, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Marina, ja. Ah, hallo. Ich grüße dich herzlich, ja. Hallo. Jetzt sind wir beide verbunden. Und wir können über das reden, weswegen du angerufen hast. Weswegen hast du angerufen? Ja, ich bin jetzt ganz aufgeregt. Das macht nichts. Das bin ich gewöhnt hier. Also es ist eben folgendes. Ich war vor ungefähr drei Wochen auf dem Volksfest mit meiner Freundin. Und da haben wir eine Gruppe von Jungen kennengelernt. Und einer davon saß im Rollstuhl. Und dem habe ich eigentlich auch erst gar nicht weiter Beachtung geschenkt. Jedenfalls haben wir uns im Laufe des Abends ein bisschen besser kennengelernt. Dann sind anschließend meine Freundin und ich noch mit ihm mitgegangen nach Hause. Und ja, dann hat sich eben zwischen uns so ein bisschen was entwickelt. Also wir haben uns erst so ganz weit unterhalten. Zwischen dir und dem Rollstuhlfahrer? Genau. Ihr wart dann auch alleine zum Schluss? Nein, also noch ich, meine Freundin und noch ein paar Freunde von ihm. Auf jeden Fall waren wir dann eben noch bei ihm. Und dann haben wir uns erst so ganz nett unterhalten. Waren uns auch ganz sympathisch, denke ich mal. Und dann haben wir uns irgendwie geküsst. Das hat sich dann alles so ergeben. Und dann sind wir eben in ein anderes Zimmer gegangen. Und hat sich dann alles so ganz plötzlich ergeben. Wir hatten auch beide Alkohol getrunken. Und dann ging das auch alles ganz leicht. Und dann kam es eben dazu, dass ich mit ihm geschlafen habe. Und es fällt mir jetzt alles ein bisschen schwer. So weit, so gut erst mal. Da würde man sagen, naja, okay. Ist ja so eine One-Night-Stand-Geschichte. Aber das ist irgendwas anderes noch, weil du so aufgeregt bist. Was hängt da mit zusammen? Ja, ich habe dann eben festgestellt im Nachhinein, dass mich das alles, die Tatsache, dass er querschnittsgedehnt ist, dass mich das alles ziemlich angetörnt hat. Weil irgendwie ist das dann, ich habe mich so überlegen gefühlt. Und er war irgendwie so hilflos. Und das hat mich irgendwie dann angetörnt. Und ich werde jetzt damit auch irgendwie überhaupt nicht fertig. Ich will jetzt auch überhaupt nichts mehr mit ihm zu tun haben und so. Und weil ich einfach mich jetzt so abnormal fühle. Marina, lag es denn ausschließlich daran, dass du quasi die Macht in dem Moment über diesen Mann hattest. Dass dich das so angemacht hat. So erregt hat auch sogar. Ja, ich denke schon, dass das so war. Also, ich weiß nicht genau, was es war. Ihr habt dann auch miteinander geschlafen. Das funktionierte auch. Ja, ja, das ging. Also, sein Geschlechtsorgan ist also noch voll funktionsfähig. Dann hast du ihn seitdem nicht mehr gesehen und ihr habt auch nicht miteinander geredet. Nein. Weil du Angst hast, dass du da irgendeine abnorme Sache in dir entdeckt hast, die du gar nicht weiter verfolgen möchtest. Also, ich wäre mich da innerlich auch total dagegen. Also, das hat jetzt nichts Diskriminierendes Behinderten gegenüber. Nein. Damit hat es gar nichts zu tun. Ja, eigentlich ja ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, weil du dich auch zurückziehst. Hast du dir denn mal Gedanken darüber gemacht, dass es vielleicht noch eine ganz andere Ursache haben könnte, als so oberflächlich betrachtet. Du stehst auf jemanden, der querschnittsgelähmt ist und sich nicht wehren kann. Ich wüsste nicht, welche Ursache das noch haben könnte. Nein, was in welchem Zusammenhang das vielleicht steht. Mir kommt gerade der Gedanke, ich will es dir sagen. Vielleicht kannst du da was zu sagen. Könnte es sein, dass du durch diese Begegnung mit diesem querschnittsgelähmten jungen Mann bemerkt hast, dass du im sexuellen Sinne eine dominante Ader in dir hast? Dass dich das immer anmachen würde, auch wenn das jemand wäre, der sich freiwillig fesseln lassen würde und du hättest Macht über ihn? Ja, es könnte schon sein, aber ich denke mal, es wäre auch nicht das Gleiche. Aber selbst wenn es so wäre, dass mich das anmachen würde, ich will auf jeden Fall keine SM-Praktiken betreiben. Nun gibt es da ja solche und solche. Ich will dir das, weiß Gott, nicht einreden, aber da gibt es ja nun auch Formen der Sexualität, wenn die eingespielt sind und für beide Seiten abgeklärt, die durchaus in Ordnung sind. Wie war denn deine Sexualität bisher? Du bist 19 Jahre alt. Ist das alles so ganz normal gelaufen? Ja, immer ganz normal eigentlich. Also ich glaube jetzt, ich sage jetzt mal erst mal so aus der Intuition heraus, dass du, was diesen Fall anbelangt mit dem jungen Mann, den du kennengelernt hast, dass du da kein schlechtes Gewissen haben brauchst. A, habt ihr beide das ja gemeinsam beschlossen, miteinander irgendwas zu machen? Das ist ja ganz wichtig. Er hat ja auch mitgemacht. Für ihn war das ja auch eine freiwillige Sache. Ja, ja, das war schon auf jeden Fall. Darum brauchen wir gleich reden. Das ist ganz klar so. Ja, ja. Aber es geht einfach um dieses Grundgefühl, dass dich das beängstigt oder erschreckt vor dir selbst, dass dich sowas anmacht. Ja. Das ist es. Das ist es einfach. Ich will einfach nicht irgendwie. Ich fühle mich so abnormal und eben meine Freundin, die weiß das ja eben auch und die weiß auch von meinen Gefühlen jetzt gegenüber dieser Hilflosigkeit und ich finde das ist also auch alles ziemlich abnormal und es ist eben einfach nicht normal. Statt sie mir trotzdem zu sagen, Marina. Also erstmal die Frage, was ist schon normal im Bereich der Sexualität? Das ist eine Frage, die man wirklich nicht so mit einem Satz beantworten kann. Es ist nur einfach so, ich war jetzt einfach 19 Jahre lang immer normal in Sexualität und jetzt plötzlich entdecke ich das. Was meinst du, wie viele Leute vielleicht 45 Jahre normal leben und dann irgendwas in sich entdecken? Ich will dir nur sagen, wenn man eine dominante Neigung in sich entdeckt, in der Sexualität, im sexuellen Empfinden, finde ich das noch nicht abnormal oder pervers oder so etwas. Weil wirklich nicht. Ja, Domina, ich denke einfach, das ist ganz anders als nur die dominante Rolle. Ja, du bist natürlich jetzt im Moment noch am Suchen, was es sein könnte bei dir. Das ist das Problem, glaube ich. Was könnte es denn noch anders sein, wenn du eine Vermutung hast? Ja, diese Behinderung einfach. Also da bist du dir schon relativ sicher, dass es damit auch zusammenhängt? Ja, ich habe mich jetzt eben zwei oder drei Wochen darüber einfach nur nachgedacht. Ich denke mal, dass es einfach der Grund war. Weil ich hätte ja auch früher mit meinen normalen sexuellen Erfahrungen einfach mal die dominante Rolle übernehmen können. Und da habe ich das eigentlich nicht getan. Gut, aber vielleicht bist du jetzt durch dieses Erlebnis auch sehr stark damit konfrontiert worden, dass jemand sehr passiv ist und du sehr dominant bist. Das war vorher wahrscheinlich nicht so der Fall. Wie sieht denn das jetzt aus, wie das Verhältnis, das klackt ist aber sehr in der Leitung, zu diesem jungen Mann. Möchte der denn mit dir weiter Kontakt haben? Ich weiß es nicht. Hat der dich noch nicht versucht anzurufen mal oder irgendeinen Kontakt versucht aufzunehmen? Nein, also eigentlich bis jetzt noch nicht. Lass mal auf, Marina. Wir machen mal Folgendes. Wir brechen dieses Gespräch mal ab, weil das klackt und klackt immer zu. Und wir versuchen, dich gleich nochmal zu erreichen. Wenn es hier in der Sendung nicht klappt, dann ein Gespräch im Hintergrund. Okay? Ja, okay. Okay. Jetzt haben wir die Sigrette da. Die Sigrette ist 47 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domean. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ich habe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag angerufen. Du bist die Frau, deren Mann ein Kunstherz hat. Ja, hat Tee. Hat Tee? Nein, wir haben gestern Morgen, muss ich sagen, also am Freitag, morgen um 7.05 Uhr den Anruf von Bad Oeynhausen erhalten. Dass wir ganz dringend nach Bad Oeynhausen kommen müssen. Wir haben ein Spenderherz gehabt. Und der ist operiert schon? Mein Mann ist operiert und hat die Operation ganz hervorragend. Ja, das ist doch fantastisch, Sigrette. Ich soll euch sagen von ihm, ich habe mit ihm auch darüber gesprochen, dass ich bei euch angerufen hatte und habe ihm auch gesagt, dass ihr hättet gerne mit ihm gesprochen. Ja. Und er hat gesagt, ich soll euch ganz lieb grüßen. Und er hätte heute Abend dieses wahr gemacht und hätte mit euch sprechen wollen. Ja, aber nun ist es ja alles noch viel besser gekommen. Ja, jetzt ist es noch ganz klar. Sigret, ich glaube es ja gar nicht. Wir beide haben uns so lange unterhalten. Und du hast die ganzen Schwierigkeiten erzählt, wie kompliziert es ist, mit einem Kunstherz zu leben. Ja. Und du hast mir gesagt, dass ihr mindestens noch ein, anderthalb Jahre warten müsst auf ein Spenderherz. Ja. Und jetzt ist es so schnell Schlag auf Schlag gekommen. Ja, ich habe heute nach der Operation von dem Chirurgen erfahren, weil wir hatten ja Komplikationen seit letzter Woche Donnerstag, dass also die Klappen von diesem Kunstherz schon doch, obwohl es erst sieben Monate, gut sieben Monate her war, schon ziemlich abgenutzt waren. Und also sie hätten ihn eventuell vielleicht nur noch bis Anfang des Jahres halten können. Dann hätte er auf alle Fälle sowieso operiert werden müssen. Egal, ob mit Spenderherz oder ohne, er hätte vielleicht ein neues Kunstherz kriegen müssen. Also ich bin immer ganz fassungslos, weil du das mit so einer Sicherheit gesagt hast, nee, das dauert noch eine ganze Weile. Also vor einem Jahr oder so können wir gar nicht damit rechnen. Ja, ja. Wie lange hat denn diese Operation gedauert, jetzt die Herztransplantation? Die hat ganz genau gedauert. Ich habe ganz genau die Uhr geguckt. Wir haben ihn um 11.05 Uhr von der HTX-Station, das ist also die, die nachher für ihn zuständig ist, zu dem OP gebracht. Und genau um 17.25 Uhr haben sie ihn wieder hochgebracht aus dem OP. Ich habe ihn auf die Intensiv. Ich habe ihn sehen können, aber nur auf dem Flur. Und ich darf morgen früh um 11 Uhr zu ihm. Und ich habe um 23 Uhr angerufen, nochmal auf die Intensivstation. mit dem Arzt gesprochen und er hat zu mir gesagt, meinem Mann geht es schweinemäßig gut und er ist schon wach. Er ist schon wach? Und ansprechbar. Er hat faulhaft gesagt. Du kannst das gar nicht glauben. Nein, ich bin noch ganz aufgeregt. Jetzt nicht mehr wegen der Intensivstation. Ich kann es einfach noch nicht fassen, dass ich eigenhändig vor ungefähr einer guten Stunde oben die Hauptanlage abgeschaltet habe. Die Hauptanlage, was meinst du damit jetzt? Wo mein Mann jede Nacht dran gelegen hat oder zwischenzeitlich, wenn die Akkus laden muss. Bei euch im Schlafzimmer? Bei uns im Schlafzimmer. Die hast du abgeschaltet? Die habe ich abgeschaltet. Die brauche ich hoffentlich nie wieder. Und die werde ich wohl höchstwahrscheinlich morgen mit nach Bad Oehlhausen nehmen. Das war ausgeliehen wahrscheinlich, diese Anlage. Jetzt fährst du morgen hin und wirst ihn dann auch sehen und mit ihm sprechen können. Ja, ich hoffe, dass er schon extubiert ist. Das heißt, dass sie ihm den Turbus gezogen haben. Ich meine, es wird noch schwierig sein, weil wenn jemand intubiert worden ist, leiden ja auch die Stimmbänder und da ganz Rachenraum. Ja, und jetzt kommt natürlich der härteste Teil eben wegen dieser Immunschwäche, die jetzt eingeleitet wird. Die Frage ist jetzt, es gibt jetzt eine kritische Zeit, ne? Von, ich weiß nicht wie lange. Ja, das kann man nicht genau beziffern, weil es hängt an jedem selber. Und das kommt darauf an, wie die Menschen dieses Medikament zur Herabsetzung des Immunsystems annehmen. Und vor allen Dingen, wie gut der Körper das umsetzt. Wie sind denn da, hat man dir das erklärt, wie sind denn die Erfahrungswerte bei anderen Transplantierten? Ich kann nur sagen, also bisher, ich meine, sie werden sowieso nie sagen, es sind von 100 Stück, sagen wir mal 20 Stück gestorben. Das würden die, glaube ich, sowieso nicht sagen. Erstmal, um einen selber nicht zu beunruhigen. Aber ich weiß also, erst mal von dem Zeitraum, wo man selber diese 28 Wochen in Bad Oeynhausen gelegen hat, bis zum 30. März, ist niemand, aber auch niemand bei der Transplantation und auch nach der Transplantation gestorben. Also sagen wir so, es gibt ein gewisses Risiko, aber die Chancen sind sehr groß. Viel höher als noch vor circa 5 oder 10 Jahren. Und ihr habt also die größte Hoffnung jetzt, oder könnt euch große Hoffnungen machen, auf jeden Fall. Weißt du, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, von wem das Herz jetzt gekommen ist? Nein, ich habe den Arzt kennengelernt, der das Herz mit dem Hubschrauber geholt hat, weil heute sind zwei, oder beziehungsweise gestern sind zwei Transplantationen in Bad Oeynhausen parallel gelaufen. Das eine, das Herz muss wohl, ich sag mal, aus der näheren Umgebung vielleicht von 100, 150 Kilometern gekommen sein, weil das ist eben mit dem Krankenwagen gekommen. Und von meinem Mann das Herz, das hört sich schön an, ne? Ja. Das ist, ich sag ja, erst um 5 nach 11 runtergekommen. Und das Herz ist gekommen mit dem Hubschrauber. Um 20 nach 2, halb 3. Das heißt, da waren die so weit, dass mein Mann da geöffnet war. Die Pumpe war getrennt und, und, und. Als ihr den Anruf bekommen habt, seid ihr da beide nicht unglaublich aufgeregt? Ja, wir haben noch beide im Bett gelegen. Und das heißt, ich war einmal aufholte Kaffee oder hab Kaffee gekocht. Und dann klingelte das Telefon, das zweite Mal gestern Morgen, weil vorher meine Tochter angerufen. Und da sag ich nur, ich sag, ja, was denn jetzt schon wieder? Und da sagt er von Bad Oeynhausen. Und damit hattet ihr überhaupt nicht gerechnet? Nein, da sagt er, ja, sagt er, wenn ihr die Familie seid, ich hab ne gute Nachricht. Wunderbar, wunderbar. Wie schnell musstet ihr dann in Bad Oeynhausen sein? Innerhalb, wie viele Stunden? Wir hatten Zeit bis 10 Uhr. 10 Uhr, also 3, 4 Stunden so. Ja, ja. Der Krankenwagen war aber um kurz nach halb 8 schon bei uns bei Hause. Wir konnten uns nicht mehr waschen, gar nicht mehr. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du wahrscheinlich vor lauter Aufregung gar nicht wirst groß schlafen können. Nee, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Wann fährst du morgen los? Ja, ich fahre mit meiner Tochter, weil ich glaube, ich selber viel zu aufgeregt bin. Und wir nehmen den zweiten Jungen, der hier noch zu Hause ist, mit. Weil die Kinder, wir dürfen ja nur abwechselnd ein paar Minuten. Und für die beiden Kleinen oder Jüngeren reicht es, wenn sie vielleicht jeweils 5 Minuten mal waren. Der Älteste war heute schon mit. Also geht es relativ früh los morgen? Ja, wir fahren so circa um 11 Uhr los. Weißt du, was du mir versprechen musst? Dass du ihm nochmal ganz, ganz, ganz liebe Grüße von uns allen hier ausrichtest. Und sag ihm bitte, dass ganz Deutschland sich freut, dass es so gut geklappt hat. Es hat auch nur geklappt, weil es jemanden gab, der ein Organ gespendet hat. So traurig wie das klingt. Da haben wir letztes Jahr am Mittwoch auch drüber gesprochen. Das ist natürlich immer auch traurig. Man freut sich und ein anderer Mensch hat sein Leben verloren. Und da gibt es Angehörige, die jetzt um ihn trauern. Aber dieser Mensch hat einen Organspendeausweis gehabt und hat jetzt in all seinem Leid noch etwas Gutes getan. Ja, und da möchte ich also wirklich auch nochmal die Leute und die Lkw-Fahrer vielleicht auch darum bitten. Weil die leben ja auch immer ständig in irgendwelcher Angst, weil sie eben ständig auf der Autobahn liegen. Und das passiert ja so viel. Vielleicht können sich da doch noch mehr Menschen zu entschließen. Also liebe Sigrid, du bestellst die herzlichsten Grüße. Das werde ich machen. Und die allerbesten Genesungswünsche und sag, dass wir uns wirklich riesig freuen. Und vielleicht kann ich ja wirklich in ein paar Wochen, wenn ein Mann relativ fit ist, dann doch nochmal mit ihm sprechen. Das würde ich sehr gerne tun. Wenn ich mich nochmal melden darf, mache ich das gerne. Auf jeden Fall. Würde ich sehr gerne machen. Ich habe eine Bitte. Ja. Würdest du mir außer der Reihe jetzt, ohne dass ich vielleicht nochmal anrufen muss, weil ich ja so in Zeitdruck stehe, mal ein Autogramm-Schiff. Ja klar. Ach, ich bin... Weißt du, wie wir das machen? Ich verspreche es dir wirklich, das wird heute Abend noch alles arrangiert. Du musst nur jetzt mal eben auflegen. Ja. Und dann ruft dich mein Redakteur, der Wolfgang Spielkowski nochmal an. Wegen der Adresse. Und dann werde ich das heute Abend noch schreiben und es geht heute noch in die Post. Okay. Ja. Ich habe noch eine Frage. Wenn ihr die Adresse von mir habt und sich vielleicht Menschen melden, die vielleicht da was drüber hören möchten. Ja. Oder selber in Angst leben, weil sie vielleicht schwer krank sind. Da kannst du ja vielleicht Briefe oder irgendwas an mich weiterleiten. Das können wir gerne machen. Das ist ein sehr nettes Angebot von dir und das machen wir auch. Das wäre vielleicht... Vielleicht hilft es mir und auch den anderen Menschen. Na klar. So, Silja, du legst jetzt auf und dann ruft der Wolfgang dich gleich nochmal an. Danke nochmal ganz herzlich. Ja, wir freuen uns. Alles Gute. Schöne Grüße. Ja, danke. Tschüss. Das ist ja wunderbar. Das ist ja wirklich eine ganz tolle und ganz schöne Nachricht. Thorsten, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Thorsten. Hallo. So, jetzt sind wir beide dran. Ja. Um was geht es? Um eine Verlobte. Deine Verlobte. Ja. Wie lange seid ihr denn verlobt schon? Vier Jahre. Aha. Und was ist los? Ich habe ein paar Schulden mit in unsere Beziehung eingebracht. Schulden? Schulden. Wie viel? Viertausend. Ja. Maximal viertausend. Ich habe sie nicht ganz genau im Kopf, habe ich es jetzt nicht. Maximal viertausend ist ein und noch eine offene Geldstrafe habe ich auch noch offen. Mhm. Ja. Und ich kam vorhin von meiner Schwester wieder nach Hause. Vorhin? Wunderbar. Ja, um 18 kam ich nach Hause nach hinten. Und es saß jemand bei uns zu Hause. Mhm. Ich kannte ihn nicht. Bei uns zu Hause heißt, du lebst mit deiner Verlobten zusammen? Ich lebe mit meiner Verlobten zusammen, ja. Mhm. Sie hat mich an die Seite genommen und sagte zu mir, hör mal zu, ich gehe jetzt Geld verdienen. Ich so, wie, du gehst jetzt Geld verdienen. Ja, um unsere Schulen abzubauen. Ich so, wie, um unsere Schulen abzubauen. Ja, ich gehe jetzt einfach los, die Schulen abbauen. Also mit dem Mann geht sie los. Ja. Ja, und jetzt ist sie seit 10 Uhr weg. Ich habe nur keine Nachricht von ihr gekriegt. Ich habe einfach vorhin jetzt gerade auch Briefe gefunden, die ich zweideutig sehen kann. Also weiß ich nicht, da steht drin, ich will da Mann werden. Alles. Also ich will dann... Ja, sie will mich heiraten. Mhm. Also im Klartext, sie geht jetzt auf den Strich, oder was? Ja, nehme ich sehr stark an. Wieso kommt denn, das ist aber ein seltsames Verfahren, wieso kommt dann der Freier zu euch nach Hause und holt sie bei euch zu Hause ab? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und weißt du auch nicht, wo die hingegangen sind? Nein, ich weiß gar nicht. Und du kanntest diesen Mann wirklich nicht? Nein, ich kannte ihn wirklich nicht, ehrlich nicht. Weißt du denn, hat sie irgendwas angedeutet, ob das jetzt zum ersten Mal passiert ist, heute Abend? Oder hat sie das schon öfters gemacht? Ich weiß, dass sie mir einmal fremdgegangen ist, das weiß ich. Bitte? Ich weiß, dass sie mir einmal fremdgegangen ist, das weiß ich. Dass sie dir einmal fremdgegangen ist? Einmal fremdgegangen ist sie mir. Ja gut, fremdgehen ist ja noch wieder eine andere Geschichte als Sex für Geld. Ja, das stimmt. Nur, sie sagten mir heute wirklich, bleibt vom Kopf immer zu, ich gehe jetzt zu unseren Schulden arbeiten. Aber so hoch sind die Schulden ja auch nicht. Du sagst gerade, es steht noch irgendeine Geldstrafe aus. Wie hoch könnte die denn maximal sein, wenn es ganz schlimm kommt? Tausend. Tausend Mark. Okay, dann sind es insgesamt um die 5.000, 6.000 Mark. Ja, ungefähr. Was machst denn du vom Beruf? Arbeitslos. Du bist arbeitslos. Und die Frau oder Freundin? Auch arbeitslos. Noch nie in der Lehre angefangen, nichts. Gar nichts gemacht. Wie alt ist sie? 19. Und sie hat noch nie gearbeitet in ihrem Leben? Noch nie gearbeitet, mein ganzes Leben noch nicht. Wäre es ja eigentlich auch mal Zeit, sich mal umzuschauen nach einer Arbeit oder vielleicht einen Beruf zu erlernen und nicht gleich den leichtesten Weg, in Anführungszeichen, leichtesten Weg zu gehen und das Geld auf dem Strich zu besorgen? Ja, wir wohnen gegenüber vom Einkaufsladen. Da haben sie Besuch gehabt auf 630 Mark. Ich habe gesagt immer zu, geh rüber, melde dich doch mal. Aber nein, es war im Endeffekt, sie ist im Betriegen geblieben, schläft. Und warum versuchst du nicht, einen Job zu kriegen? Ich kann es aus meinem gesundheitlichen Grund nicht mehr. Sprich, meine Knie sind kaputt und mein Rücken. Ich war damals Verdachthecker, ich musste meine Lehre dadurch abbrechen und dadurch schaffe ich es nicht mehr. Gut, das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Und ob es nicht vielleicht irgendwelche anderen Möglichkeiten auch noch gibt, wo man nicht so hart ran muss. Ja, ich könnte bei meinem Schwager arbeiten, aber das will ich nicht. Jetzt ist aber das Problem, deine Freundin, deine Verlobte, die ist jetzt unterwegs und macht etwas, was du eigentlich gar nicht möchtest. Nee, das will ich gar nicht. Was dich sehr verletzt, glaube ich, wahrscheinlich. Ja, ich bin im Endeffekt auf dem Nullpunkt. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und sie sagt sogar noch, ich mache es um unsere Schulden. Ja. Das heißt, sie tut es dann auch noch für dich, sagt sie. Ja. Also, Thorsten, wenn du ganz eindeutig für dich der Überzeugung bist, und das kommt mir ja schon so rüber, wie du sprichst, dass du das nicht willst und dass du das ablehnst, dann musst du dem Mädchen den Kopf waschen gleich, wenn die nach Hause kommt. Dass das so nicht geht. Und dass sie mit 19 Jahren auch mal ihren Hintern hochkriegt und irgendwelche Jobs macht. Das Klügste wäre natürlich, dass sie eine Lehre macht. Ja, normal, das will ich ja auch. Und 5.000, 6.000 Mark ist eine Summe, die kann man bewältigen an Schulden, die kann man abzahlen. Ja, sicher. Also, das liegt jetzt aber auch an dir, dass du da jetzt auch klare Verhältnisse herstellen musst in der Beziehung, wenn sie jetzt zurückkommt heute Nacht. Die werde ich hundertprozentig stellen. Erstmal musst du ja mal rauskriegen, ob das das erste Mal war oder frage, wie lange läuft das schon so. Ja, das ist ja gerade die Frage, die ich mir stelle. Ich weiß es ja nicht. Wie lange das schon läuft. Ich weiß es wirklich nicht. Würdest du so weit gehen, dass du sagst, ich trenne mich sogar von der Frau? Würde ich machen. Ja, sie hat dein Vertrauen natürlich sehr hintergangen. Null. Null. Das ist fast nichts mehr. Empfinden würde ich gerne haben, ja. Aber ich weiß nicht, ich könnte mit der Frau nicht mehr schlafen. Ich weiß es nicht. Ich könnte wirklich nicht mehr mit der schlafen. Ich kann dich in dem nur bestärken, was du sagst, Thorsten. Ich bin vollkommen deiner Auffassung. Und kann nur zu dir sagen, wenn sie gleich nach Hause kommt, dann findet aber ein sehr ernstes und sehr klares Gespräch statt. Und zieh deine Konsequenzen daraus auch. Ja, die werde ich hundertprozentig beziehen. Und wenn die Beziehung zu retten ist, ist ja gut. Das wäre vielleicht das Allerschönste. Und dann, wenn ihr zusammenbleiben solltet, dann versuche diese Frau so weit zu kriegen, dass sie arbeiten geht oder dass sie eine Lehre macht. Meine Freunde haben es auch schon probiert gehabt, dass sie Arbeit findet und sie hat es einfach nicht angenommen. Traurig. Ich weiß nicht, ob sie zu faul dazu ist. Klingt mir schon so, als sei sie zu faul. Also, das wird dann wahrscheinlich eine nicht so schöne Nacht für dich jetzt gleich, wenn sie kommt. Nee, deswegen bin ich auch ganz froh. Es war wirklich eine unverhoffte Situation. Mein Kollege hat angerufen, kurz bevor er mich angerufen hat, hat gefragt, was machst du gleich noch? Ich so, ich warte auf einen Anruf von euch. Also wie, du wartest auf einen Anruf? Okay, Thorsten, ich wünsche dir jetzt ein gutes Händchen, im übertragenen Sinne. Vergreif dich nicht an der Frau, klar. Nee, das werde ich so nicht tun, weil ich bin nicht mein Vater. Also, genau. Also eine gute Zunge, sage ich mal, für das, was wir jetzt sagen, das gleich. Ja. Viel Erfolg, alles Gute, auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist Karl dran und Karl ist 52 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Dominik. Hallo, Karl. Was ist dein Thema? Eine schöne Nachricht vorhin mit dieser Dame, die... Granios, ne? ...komme ich mit meinem Sexproblem eigentlich nur... Hast du das Gespräch vor ein paar Tagen mitbekommen? Ich wollte mir das Hörer auflegen, aber ist egal. Hast du das Gespräch vor ein paar Tagen mitbekommen mit der Frau? Ja, ja. War ganz interessant gewesen. Und deswegen fand ich es so rührend, gerade, wie sie es so gefreut hat. Das fand ich also einmalig. Total, ja. Sehr nett. Jetzt kommst du mit Sex an, oder wie? Ach, nichts anderes. Genau, deswegen finde ich es einfach blöder. Einfach, ganz einfach nur. Ich habe ungefähr 20 Jahre verheiratet und meine Frau ist so eine typische 0850. sechs Frauen, Licht aus, drei Minuten und dann ist die Sache erledigt. So geht das seit 20 Jahren? Immer schon. Also mit ein paar gelegentlichen Ausrutschungen zwischendurch. Aber das ist eigentlich das Ding, die ich eigentlich fragen wollte. Wenn wir so ein zweiter Mal im Jahr richtig gut ausgehen und richtig gut einen drauf machen, so Fädenpartys und so und haben uns einen gepichelt und so. Und sobald sie einen gepichelt hat, dann ist sie ganz anders. Total anders. Dann geht sie ab. Dann geht sie ab, dann tun wir es ein, zwei Stunden aus, dann kriegt sie nicht genug und dann ist bei mir alles kaputt. Und das ist also einfach super klasse und das habe ich ja schon einmal erzählt. Vielleicht solltet ihr dann doch öfters mal einen pecheln gehen. Ja. Wie viel? Das ist auch nicht sinnvoll. Nee, natürlich nicht. Aber wenn man so das Mädel ein bisschen auflockern kann. Das glaubst du nachher nicht, dass du das so gut drauf hast, wenn ich ihr alles erzählt habe. Das kann sie sich einfach gar nicht vorstellen. Ist sie in deinem Alter übrigens? Sie ist fünf Jahre jünger. Sie ist fünf Jahre jünger. Und dass sie es Wechseljahre sind, ich weiß es nicht. Dass sie es ab und zu mal besser drauf ist. Auf jeden Fall stehe ich da nicht und möchte ich natürlich öfter haben als zwei, drei Mal im Jahr. Und die Sachen, die dann ablaufen, sind ganz anders. Dann kommt das alles vor, was man sich also vorstellt. Also ganz Normales irgendwie. Und ich hatte dich mal vor zwei, drei Jahren in so einer Sendung gesehen, im Fernsehen mit der Ulla Cock and Brink. Cock and Brink, ja. Cock and Brink, da habt ihr so ein Späßchen gehabt, ihr beiden. Ja. Da habt ihr auch vorher so ein Pfeilchen geplandet da irgendwo. Ja. In der Kabine irgendwo, in der Garderobe. Und ich wollte dich fragen, was der für ein Pfeilchen ist. Vielleicht braucht man sich nicht jedes Mal eine Flasche Korn reinklopfen. Da kann man sich irgendwo ein Pfeilchen besorgen, dass jemand gut drauf ist. Das ist so eine Sache mit dem Aphrodisiak, da ging es um dieses Thema. Da springt natürlich auch nicht jeder Mensch drauf an. Lass mich doch mal fragen mit der Frau, wie viel muss sie denn getrunken haben, bis es dann rund geht? Weiß ich nicht. Ich trinke ein Sektchen und ein Weinchen und das dauert den ganzen Arm. Also der dauert schon ein paar Stunden. Man kann es nicht einfach sagen, komm. Also sie muss, worauf ich hinaus will, ist, sie muss nicht sturzutrunken sein. Das reicht nicht? Nein, 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 nicht ganz, aber halb. Also würde eine halbe Flasche Sekt das auch schon tun? Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ja, ein Sekt ist ja nicht viel. Ja, also weißt du, Karl, ich würde dann aber wirklich die Hände von allen Drogen lassen, wenn das so leicht zu bewerkstelligen ist, sagen wir mal mit einer Dreiviertelflasche Sekt oder so und Schampo oder so, dann arrangiert doch einfach mehr solche Gelage bei euch zu Hause auch. Aber es kann nicht sein, dass der Mensch sich so verändert. Ist aber so. Und es ablockt. Ja, es gibt Leute, die sind so. Es gibt ein paar Leute, die aus sich rauskommen, leider Gottes erst, wenn sie einen gezwitschert haben. Und wenn deine Frau seit 20 Jahren so drauf ist, wird es sehr schwer sein, sie jetzt durch irgendwas anderes, aber ich meine, das wäre ja auch dann wieder eine Droge, so wie Alkohol auch eine Droge ist, sie mit etwas anderem daraus zu holen. Und da weißt du gar nicht, wie sie darauf reagiert. Reagiert auch jeder Mensch irgendwie anders. Genau, das habe ich auch nicht vor. Nein, auf keinen Fall. Und dann müsstest du es ihr noch heimlich irgendwie irgendwo hin tun? Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Nein, 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 da will ich also nicht. Nein, nein, nein. Also die Schiene hier mit einem schönen Gläschen Shampoos und Sekt oder drei, vier Gläschen ist, glaube ich, die beste schon. Das ist ja interessant, dass in ihr brodelt es ja. Man muss es nur anstechen. Wirklich, also das ist ein Wahnsinn. Also das ist mir nachher schon, wenn man träumt davon, von so einem gemütlichen Abend. Ja. Und wenn der Abend da ist, dann ist man also gar nicht in der Lage, dann ist es doch zu wild. Also dann... Wenn ihr 20 Jahre verheiratet seid, redet ihr doch sicher auch darüber, ne? Oder ist das... Und wie erklärt sie sich das bei sich selbst? Nein, das kann nicht sein. Ja. Das akzeptiert, das glaubt ihr einfach nicht. Achso, sie weiß gar nicht, dass sie dann da so aus der Haut... Nein, nein, eben nicht. Achso, achso. Ja, das scheint mir doch ein bisschen mehr als normal. Auf jeden Fall sagt ganz klar, das ist nicht so, das kann nicht sein. Das streit sie einfach ab. Vielleicht schämt sie sich dann ja auch ein bisschen. Das nehme ich mal an. Ne, kann auch sein. Das nehme ich an. Also ich finde, du solltest dir immer mehr Anlässe arrangieren, dass man mal samstags oder so ein Gläschen, vielleicht ein Gläschen mehr als normal trinkt, ein Gläschensekt. Ja, ich stelle mir jetzt den nächsten Kühlschrank ganz fast Wein hin oder so. So ist das richtig, genau. Und vielleicht, vielleicht hat das ja die Wirkung bei ihr dann auch, dass das so aufbricht, dass dann hinterher nur noch ein Gläschensekt nötig ist. Einmal. Kann ja sein, ne? Wirklich. Aber sonst ist die Ehe in Ordnung. Ja klar, alles top. Habt ihr Kinder? Ja, haben wir auch. Wie alt sind die? Zwei Stück, 15 und 18. 15 erwachsene Kinder. Und nach 20 Jahren dann doch noch so eine gute Ehe. Ist doch schön. Ja, ich kann mich nicht beklagen, nur ich möchte natürlich logischerweise, der Mann hat nun mal mehr Bock auf sowas als eine Frau. Ist klar. Ich möchte öfter wiederholen als zwei, drei Mal im Jahr, ne? Ja, klar. Also, denk dir vielleicht auch mehr Sachen aus, die du dann mit ihr noch machen kannst, um das so ein bisschen zu zelebrieren. Sehr gut. Viel Erfolg und alles Gute und viel Spaß. Schönen Abend, ne? Tschüss Karl, danke schön. Ciao. 1.32 Uhr, fünf Sekunden und jetzt machen wir unsere kleine Pause. 2.3 Uhr, fünf Sekunden und jetzt machen wir unsere kleine Pause. 2.3 Uhr, fünf Sekunden und jetzt machen wir unsere kleine Pause. 3.4 Uhr, fünf Sekunden und jetzt machen wir unsere kleine Pause. 3.4 Uhr, fünf Sekunden und jetzt machen wir unsere kleine Pause. 4.5 Uhr, fünf Sekunden und jetzt machen wir unsere kleine Pause. 4.5 Uhr, fünf Sekunden und jetzt machen wir unsere kleine Pause. 5.5 Uhr, fünf Sekunden und jetzt machen wir unsere kleine Pause. 5.5 Uhr, fünf Sekunden und jetzt machen wir unsere kleine Pause. 5.5 Uhr, fünf Sekunden und jetzt machen wir unsere kleine Pause. 5.5 Uhr, fünf Sekunden und jetzt machen wir unsere kleine Pause. 1.33 Uhr und 20 Sekunden ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefontalkshow Domian. Und heute Nacht sind wir frei und offen. Das heißt, ihr könnt mich anrufen und mit mir über alle Themen reden, die euch interessieren, über die ihr gerne mit mir hier in der tiefen Nacht live im Radio und Fernsehen euch unterhalten wollt. Und Telefonnummer 0800 5678 111, Haxnummer 0800 5678 110. Und jetzt ist mit mir verbunden, 24 Jahre alt, Kerstin. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Kerstin. Hallo, erst mal möchte ich was loswerden. Bitte. Und zwar die Sigrid, glaube ich, hieß sie gerade mit dem Mann. Ja. Da wollte ich dem Mann alles, alles Gute wünschen, weil ich finde das so toll. Ich habe das vor ein paar Tagen gehört, das mit dem Spenderherz und ich finde das so klasse, dass das so schnell gegangen ist. Ich finde es auch ganz toll und ganz spektakulär. Ja, also ich finde das echt super und ich wünsche ihm wirklich alles, alles Gute, dass der das wirklich packt. Und hoffentlich kann er dann irgendwann auch hier mal anrufen und sich mit mir unterhalten und das alles mal so erzählen, wie er das erlebt hat und empfunden hat. Ja, das würde mich auch mal interessieren, weil das ist auch mein Beruf und von daher fände ich das also schon ganz klasse, mal auch von so einem Patienten zu hören. Bist du Krankenschwester? Ja, ich bin Krankenschwester. Du bist Krankenschwester, ne? Ja, genau. Was war denn dein Thema oder ist dein Thema, weswegen du angerufen hast? Mein Thema ist, finde ich ja total banal nach den ganzen Themen, Big Brother. Big Brother. Ach, die Banalität gehört auch zum Leben. Das Leben ist eben auch manchmal banal. Ja, ich weiß. Nee, und zwar gibt es bei uns da echt regelmäßig Stress drüber. Ja. Und zwar, also ich und meine Stiefmutter, wir gucken das super gerne. Ich hatte mich auch beworben für jetzt diese Staffel. Ist es wahr? Ja, es ist wahr. Und bist du irgendwie in die nähere Auswahl gekommen? Nein, leider nicht. Ich denke mal, ich war denen etwas zu pummelig. Keine Ahnung. Stimmt, es ist gar kein dicker. Doch, Harry ist dick, ne? Ja, aber keine Frau. Keine dicke Frau. Das ist das, was mich total nervt. Stimmt, ja. Naja, in der nächsten Staffel kommen dann auch. Es gibt ja demnächst, glaube ich, bei Sat.1 einen Big Brother, das heißt ja natürlich anders, nur mit dicken, habe ich gelesen. Ja, da gehe ich dann auch nicht rein. So dick bin ich auch nicht. Und die müssen dann, das ist natürlich sehr perfide, die müssen dann in einer bestimmten Zeit so und so viel abnehmen. Und wenn die nichts abnehmen, kriegen die irgendwelche Strafaufgaben oder so. Ist auch nicht schlecht. Ja. Aber du wolltest mit mir über das laufende Big Brother dich unterhalten. Ja, genau. Und zwar, mein Vater nervt das voll, dass meine Stiefmutter und ich das halt super oft gucken wollen. Ich bin also fast jeden Abend da. Und wir stehen da total drauf, vor allen Dingen unter dem Aspekt, so wie würde ich jetzt reagieren in der und der Situation, wenn ich da wirklich auch drin wäre. Und mein Vater, der denkt immer so, mein Gott, und für den ist das wirklich so, das ganze Familienleben geht, für den dadurch irgendwie ein Stück weit verloren. Ja, weil ihr Mädels jeden Abend vor der Glotze hängt und ständig über dieses Thema redet. Wahrscheinlich tagsüber auch, ne? Ja, natürlich. Kerstin, halt mich mal auf dem Laufen. Ich habe jetzt zwei Tage nicht mehr geguckt. Ja. Wie ist denn die Stimmung? Also die Stimmung ist unterschiedlich. Also der Christian ist immer noch so ein bisschen dieser Störfaktor. Obwohl das, was er sagt, hat irgendwo auch wirklich Hand und Fuß. Aber ich reg mich wirklich auch jedes Mal tierisch drüber auf, ne? Weil, wenn ich dir inzwischen eine Finger kriegen würde... Weißt du, wen ich auch mittlerweile, also bis vorgestern, sehr unsympathisch gefunden habe? Ja, ist er auch. Nein, nein, nein. Wen ich noch unsympathisch finde, ist diese Holzuse. Welche Holzuse? Ja, diese Masseurin da, die Stripperin. Ach, die, ähm... Wie heißt sie? Marion. Sehr unsympathisch. Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich besser wie diese Stefanie. Mhm. Diese Ärztin, das ist so dieses volle Klischee. Ich bin, weißt du, so Herrgott in weiß, so kommt die mir immer noch vor, so. Die hat ihr Ärzte noch nicht im Krankenhaus gelassen irgendwo. Ja, du bist, du kennst diese Küken ja, ne? Ja, genau. Leider Gott, das gibt es hier immer noch, ne? Ja, genau, leider. Auch bei den Jungen, ne? Oh, total. Also, Frauen sind aber noch härter dran. Vor allen Dingen so in diesem chirurgischen Bereich. Das ist ja wirklich total krass, weil das ist immer noch so eine Männerdomäne. Und wenn da eine Frau reinkommt, die hat also wirklich Haare auf die Zehen. Also, total krass. Was glaubst du denn... Also, dieses Wochenende fliegt ja schon jemand raus, ne? Ja. Das wird Christian sein wahrscheinlich, oder? Aber absolut. Absolut, total, denke ich mir mal schon. Nun bist du ein süßes junges Mädchen von 24 Jahren. Ja. Und ich vermute ja, dass du vor dem Fernseher sitzt. Ja. Und nur einen anhimmelst. Nämlich Walter. Nein. Nein? Nein, gar nicht. Walter ist ja nur der Klischee-Schönling, ne? Nein, nein, absolut nicht. Ich stehe total auf bärige Typen. Also, absolut nicht auf so Schönlinge und so. Für mich steht wirklich der Charakter die Augen und... Ja, die Augen sind ja auch okay bei Walter. Ja, okay, aber er ist nicht so... Charakter? Hm, weiß ich auch nicht so. Nee, ich weiß nicht. Also, ich stehe so auf Leute, da muss ich den, da muss der Funko hier rüber springen. Und das ist eigentlich nicht so der Typ, wo ich sagen würde, meine Freundin, die sitzt immer fast vor dem Fernseher. Und will ja dann durchs Fernsehen gehen, wenn ich den sehe. Ja, er ist aber schon, das ist Klischee, ne? Er ist mir schon zu süß, sieht der aus. Ja, ja. Der ist wie auf dem Katalog, also so, da ist nichts Markantes dran und so. Nee. Also, gehe ich davon aus, dass dein Favorit dann Harry ist, ne? Absolut. Ich finde den total klasse, den Mann. Erstmal den Mut, da so reinzugehen, so. Und auch so, wie er sich gibt. Also, bis jetzt ist er zumindestens gut. Man weiß es ja noch nicht. Gibt es sich ja noch. Hat sich denn der eine mit dem Käppi jetzt geoutet als Schwuler oder Bisexueller? Ganz viele wissen das da, aber ich glaube, der Christian hat das immer noch nicht so ganz gut gemacht. Und er wollte es unbedingt wissen, ne? Ja, genau. Nee, ich weiß es nicht. Gibt es denn auch schon Anbandelungen? Ja. Also, der Walter war da scharf auf die... Ebro. Ebro, genau. Genau, genau. Tuchteln die schon? So ein bisschen, also Ebro mehr wie Walter. Ah ja. Denke ich nicht. Ich glaube, wir langweilen gerade total die Leute, die das nicht gucken, ne? Ja, denke ich nicht. Macht Walter mit dem was? Wie ist Harry? Du stehst auf den und den. Ja, aber so ist das, ne? Wenn man das nicht sieht, dann findet man das langweilig und blöd. Ja, aber... Wenn Leute darüber reden. Ja, es ist aber wirklich so, ne? Keiner guckt es, angeblich, so außerhalb, ne? Und jeder hat es gesehen. Ja, also... Jeder weiß trotzdem irgendwo darüber Bescheid. Also, ich habe neulich gelesen, dass die irrsinnige Einschalkoten haben und ganz, ganz viele Leute aus allen Altersgruppen, auch ganz viele junge Leute eben, sich das schon reinziehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde das auch total irre interessant, wie die sich da jetzt so entwickeln und so. Jetzt muss ich nochmal ein Lob auf meinen Kollegen Geißen, Oliver Geißen, ablassen. Der wird ja am Sonntag auch wieder moderieren, ne, glaube ich. Der ist auch wesentlich besser, wie heißt diese andere Moderatorin da? Percy Hoffen. Ne, ne, die, die jetzt mit dem macht. Ach, Alexandra oder so, ich weiß nicht genau. Ah, die finde ich furchtbar. Also, du fandst den Oliver auch gut? Also, ich finde, ich gucke mir den auch jeden Nachmittag so im Fernsehen. Ja, der ist auch gut, aber da war noch besser. Der, also, der ist echt klasse, der Oliver Geißen. So, Kerstin. Haben wir was vergessen? Durch zu ratschen? Ne, eigentlich nicht. Sag mir doch noch, wer von den Frauen, die ja unsympathisch ist. Absolut, diese Stefanie. Stefanie. Und, äh, wie ist es mit dieser, ich vergesse diese, ich bin noch nicht so richtig dabei, diese Namen, diese Blonde, die so ein bisschen, ah, wie heißt die? Marion, die Friseurin, die da oft so Haare schneidet, massiert und so. Ja, genau die, die, genau die. Ja. Die ist mir auch nicht so ganz koscher. Ähm, die ist mir aber wesentlich sympathischer wie diese Stefanie. Also, ich glaube, in den nächsten Wochen kristallisieren sich erstmal noch so die Charaktere raus. Ja, auf jeden Fall. Mein Vater kriegt voll die Krise. Sag schon, der Familiensägen hängt schief wegen diesem großen Bruder, ne? Also, abends schon, also muss ich schon echt sagen, mein Vater hat also echt schon gesagt, er wird jeden Abend lieber in die Kneipe gehen oder sonst was tun, ne, wie, wie sich das anzutun. Ich meine, meine Stiefmutter geht wirklich schon jedes Mal ins Schlafzimmer und guckt das. Ich würde ja mal gerne wissen, so, da gibt es sicher auch Untersuchungen auch schon, ob das mehr Frauen gucken oder mehr Männer gucken. Oder ob es gleich berechtigt ist. Ich habe die Vermutung, dass es mehr Frauen gucken. Ich weiß es nicht. Könnte es sein? Also, Kerstin, wir drücken unserem Harry die Daumen, ne, dass er schön lange durchhält und der große Star irgendwann werden wird. Jo. Und du guckst weiter und ich gucke ab und zu mal. Ja. In diesem Sinne, auf Wiederhören. Jo, tschüss. Martina, 37 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Martina. Hallo Jürgen. Du hast mich heute Nacht auch angerufen. Mhm. Deswegen. Wo ich zu meinem Thema komme, möchte ich erst mal ganz kurz was fragen. Bitte. Stört dich das eigentlich nicht, dass dich eigentlich 90% der Anrufer mit deinem Nachnam ansprechen? Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Warum? Das war in der Schule früher schon so. Und das liegt daran, dass ich den Vornamen Jürgen nicht so gerne mag. Ach so. Und es gibt auch einige Freunde, die schon bevor es diese Sendung gab und sich das so entwickelt hat, öffentlich auch, die einfach Domian zu mir sagten. Und Domian mag ich sehr gerne. Insofern ist es völlig in Ordnung. Jeder soll das so machen, wie es ihm besser über die Lippen geht. Ja, mich hat das immer geärgert. Weil mir wird es nicht gefallen. Verstehe ich. Ja, ja, aber bei mir ist es okay. Gut, also mein Thema, ich hoffe, du lachst mich nicht aus, aber ich habe auch lange überlegt, ob ich anrufe. Wenn es kurios klingt, darf ich auch erst mal lachen. Aber dann reden wir schon ernst drüber. Erzähl erst mal. Also ich habe das Bedürfnis, seit einiger Zeit nackt durchs Haus zu gehen bei uns. Wir wohnen in einem Mietshaus. Und nackt Wäsche aufzuhängen oder zum Beispiel nackt zum Briefkasten zu gehen. Immer mit dem Hintergedanken, dass mich vielleicht jemand dabei erwischt. Ich glaube, in meinem Haus ist noch eine Wohnung frei. Willst du nicht einziehen? Nee, ich finde das gar nicht so. Also wir halten erst mal fest. Martina ist 37 Jahre alt und geht gerne ab und zu nackt durch ihr Sechsfamilienhaus. Genau. Hängt Wäsche auf. Geht zum Briefkasten wahrscheinlich auch nackt. Ja, und ich bin noch nie erwischt worden. Putzt du die Treppe auch nackt? Nee, das ist nur ein bisschen zu riskant. Das ist zu riskant. Da bin ich so lange im Haus. Nee, es ist ja einfach nur so, wie die Flitzer das so gemacht haben. Aber du huschst mal so gerne runter. Mal schnell in den Keller, mal ein Bierchen hochholen oder Wäsche aufhängen oder sowas. Ja. Und dann wieder hoch. Wenn ich mir, was passiert, wo jetzt jemand kommt und mich sieht. In welchem Stockwerk wohnst du? Wir haben zwei Stockwerke. Zwei Stockwerke. Ja. Und das ist so ein prickelndes Gefühl. Aber danach fühle ich mich ganz schlecht. Wie lange machst du das denn schon? So ungefähr ein Jahr. Ungefähr ein Jahr. Ja. Und ich habe auch zum Beispiel auch Bedürfnis, zum Beispiel jetzt ganz komisch, hört sich das vielleicht an, manchmal auch das Bedürfnis, nackt Pommes frites zu braten. Was? Nackt Pommes frites zu braten? Zum Beispiel, ja. Das ist nur als Beispiel. Entschuldige, ich muss jetzt lachen. Das ist nun mal lustig. Ich mache mich aber nicht über dich lustig. Nein. Also das eine ist ja noch was anderes als das andere. Wenn du nackt durch das Treppenhaus läufst, hast du ja diesen Thrill, vielleicht entdeckt zu werden. Genau. Aber man kann mich auch in der Küche auch sehen. Aber wenn du nackt Pommes frites backst oder backst, dann wer sieht dich denn da dabei? Ja, wenn man richtig steht, kann man das auch sehen, also am Küchelfenster. Aber warum müssen es Pommes frites sein? Es könnten ja auch Eier sein, oder? Nein, ich weiß auch nicht warum. Das ist ganz komisch. Also, ich weiß es nicht warum. Also, ihr seht im Ernst. Also, es geht um das nackte Stehen am Herd. Genau. Ja. Aber das Schlimmste ist eben, also was das Schlimmste ist, ich fühle mich danach eben schlecht. Wenn ich jetzt durchs Haus gehe und dann eben auf den Boden gehe, die Wäsche, und es erregt mich sexuell irgendwie. Also, wenn ich da jetzt stehe, die Wäsche aufhänge, wenn jetzt die Bodentür aufgeht, und da plötzlich jemand reinkommt und mich sieht, also was passiert dann? Denkst du an eine bestimmte Person im Haus, die dich erwischen könnte? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich überhaupt, das entdeckt zu werden. Da gibt es doch bestimmt die eine oder andere Person, die du vollkommen unerotisch und uninteressant findest. Ja, eine Menge. Und selbst das würde dir einen gewissen Reiz verschaffen, wenn diese Person plötzlich vor dir stünde? Nee, ich würde mir nicht gerade wünschen, dass jetzt diese alte Frau mit Kopfflucht über und unten wohnt nicht gerade kommt, aber vielleicht wäre das interessanter, wenn einer der Männer käme. Und dann... Wenn du dann deine Wäsche aufgehängt hast und die ganze Zeit in hoher Erregung schon warst, kommt er oder kommt er nicht? Ja. Und dann wieder in deine Wohnung gehst, bist du dann so erregt, dass du dich selbst befriedigst danach? Ist auch schon vorgekommen. Auch schon vorgekommen. Aber ich fühle mich danach irgendwie immer schlecht. Und irgendwie denke ich, dass es was Perverses ist, was ich mache, obwohl ich keinem damit schade eigentlich. Es ist natürlich was auch sehr stark Exhibitionistisches, was sich da rausträgt. Du hast früher nie... Ich weiß auch nicht, wie ich das einordnen kann. Also wie, ich weiß, ich kenne mich irgendwie selber da nicht so richtig, ich weiß nicht, was soll ich davon halten. Hast du einen Freund? Ja, einen Lebenspartner. Weiß der davon? Nee. Wohnt ihr zusammen gar? Aber das ist so, das mache ich ja nur tags, also in der Arbeiten ist. Wie läuft denn deine Sexualität mit deinem Partner? Ist die befriedigend für dich? Ist die gut oder eher träge? Nee, also ich würde sagen durchschnittlich. Also durchschnittlich heißt, du vermisst schon das eine oder das andere? Ja. Früher, als das noch, lief es mal viel besser und anders zwischen dir und deinem Partner sexuell? Ja, stimmt. Gibt es da einen Zusammenhang vielleicht, seitdem das so ein bisschen abflacht, dass du... Ich glaube nicht. Das hat irgendwann mal angefangen, wie so eine verrückte Idee, das hat angefangen, jetzt mache ich das einfach mal. Und habe danach erst gemerkt, eigentlich habe ich das so aus Spaß erst gemacht und habe dann irgendwie gemerkt, dass es mich erregt und dass es irgendwie interessant ist, diesen Tick zu haben. Das ist das Phänomen, was es immer und immer wieder gibt, der Flitzer, auch wie du es gerade auch angedeutet hast, dass Leute nackt durch die Straße rennen und natürlich wollen die Aufmerksamkeit erregen, aber es hat auch so eine Eigenerregung zur Folge. Ich habe auch irgendwie jetzt das Gefühl, wenn ich mit ihm darüber spreche, das würde er nicht verstehen, weil er zu konservativ eigentlich ist und er würde mich vielleicht bespucken oder so, ich weiß es nicht. Ja, wenn man da relativ konservativ ist, könnte man sagen, du bist doch pervers, ne? Oder was da... Hast du denn den Eindruck, dass sich das verstärkt, dass du immer mehr und immer öfter durchs Treppenhaus nackt laufen möchtest? Ja, ich kann nur damit nicht aufhören. Und dich stört es? Ja, auf einmal hat es zwar wieder... Weißt du, das ist so eine Mischung. Irgendwie ja und irgendwie nein. Und das ist wie eine Sucht, du kannst gar nicht dagegen ansteuern. Wenn ich immer, oh Mensch, mache ich das jetzt schon wieder und denke mir, diesmal nicht, aber dann ist es wieder zu stark. Muss ich es doch tun. Also Martina, ich... Einmal bin ich allerdings nicht gegangen, weil da müsste ich ja eben raus. Aber wahrscheinlich ist das der Megareiz, ne? Aber das würde ich dann wahrscheinlich im Dunkeln machen, nachts. Aber das hast du noch nicht ausprobiert. Nee, das kann ich eigentlich auch nicht. Nee, das kann ich nicht. Hast du nicht wirklich Angst auch vor, dass dein Ruf dahin ist, wenn dich mal jemand erwischt, ist das natürlich durchs ganze Haus und vielleicht durch die ganze Nachbarschaft. Ja, natürlich. Das ist ja das, was mir so Angst macht eigentlich. Dass man dann so entblößt ist und plötzlich da steht und dann die Leute sonst was mal andenken. Was machst du vom Beruf? Ich bin Hausfrau. Du bist Hausfrau, du bist also zu Hause. Ich bin auch wieder so nackten Hausfrauen, nicht? Also bei aller Leichtigkeit und aller Lacherei jetzt bei diesem Thema. Ja, ich weiß. Ich muss, einer, das ist es ja auch irgendwie schon, für Leute, die nichts wissen. Nein, ich will ja im Ernst sagen, ich glaube, dass da irgendetwas anderes hinter steckt, was ich natürlich nicht in der Lage bin, jetzt innerhalb eines Sieben-Minuten-Gesprächs herauszubekommen. Und ich finde, das wichtigste Anzeichen ist für mich, dass du sagst, ich fühle mich dabei unwohl. Und mir ist das unangenehm und ich fühle mich danach auch nicht gut. Ja, aber in diesem Moment, wenn ich es mache, natürlich, logischerweise macht das Spaß. In dem Moment ja, aber hinterher nicht und es ist für dich problematisch. Sonst würden wir uns gar nicht unterhalten jetzt. Ja, wenn es rauskäme eben. Wenn es rauskäme, aber dieses Phänomen an sich ist für dich auch problematisch. Ja, auch irgendwie so ein Gefühl, was ich nicht einordnen kann. Genau. Deshalb finde ich auf jeden Fall, dass du mal oder vielleicht einige Male mit einem Fachmann reden solltest darüber. Es hat irgendeinen Hintergrund in dir, bei dir. Und es wäre interessant, sicherlich für dich auch zu erfahren, was das ist, um damit besser umgehen zu können. Das ist schon eine sehr seltsame Schiene, auf die du da gerätst. Und die eventuell dir doch sehr zum Schaden gereichen könnte irgendwann. Nur einerseits denke ich wieder, ich tue ja keinem was. Aber nur wenn es dann wirklich mal so ist, dass eine Tür aufgeht, woher wird ein Kind da stehen. Ja, zum Beispiel. Außerdem glaube ich auch, abgesehen von den gesellschaftlichen Verstrickungen, die entstehen können, wenn man dich dabei erwischt, dass du dich in diesem sexuellen Empfinden auch sehr isolierst und dass du darin vereinsamst. Weil letztendlich ist es ja auch etwas sehr auf sich Bezogenes und Eingebautes, was du da machst. Ich möchte gerne, dass du jetzt mit meinem Psychologen mal ein paar Worte redest. Das ist der Ferdinand. Und der wird dir bestimmt noch ein paar Tipps geben können, an wen du dich in deine Umgebung wenden könntest. Der sich vielleicht oder die sich mit so etwas gut auskennt. Dass du einfach mal ein paar Stunden da hingehst, um mal so eine Grobanalyse hinzukriegen. Also meine liebe Nacktlauferin Martina, kriegen wir schon hin irgendwie. Also jetzt verzweifeln wir nicht, weil es gibt Schlimmeres. Und du hast ja jetzt die Notbremse quasi schon gezogen, wenn du sagst, ich muss da jetzt auch irgendwie das thematisieren für mich. Richtig. Also leg auf, wir rufen dich gleich wieder an. Alles klar. Und ich wünsche alles Gute. Dankeschön. Wieder mit Martina. Christian, 14 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen nur mehr. Morgen, Christian. Was ist los? Ja, mein Thema ist halt, ich suche meine Halbschwester. Deine Halbschwester? Ja, also ich habe vor zwei Jahren, aber ich zwölf Jahre, habe ich von meiner Mutter erfahren, dass sie mit 17 Jahren ein Kind bekommen hat. Und die Mutter wollte nicht, dass sie es behält und so. Und dann wurde dazu Adoption freigegeben. Und jetzt bin ich halt neugierig geworden, weil ich meine, ist ja auch ein Teil von mir, also ist meine Schwester. Und deine Mutter weiß auch überhaupt nichts von dem Mädchen, wo das geblieben ist? Das Einzige, was wir wissen, ist der Ort, der war ein ziemlich großer Ort, also Trier, sage ich mal. Ich wohne jetzt eine Autostunde davon entfernt. So, ja, die wurde an einen Kinderarzt adoptiert. Und sie ist jetzt ungefähr 21 Jahre alt und heißt Stefanie oder Steffi. Immerhin, ne? Ja. Das sind ja schon Informationen an einen Kinderarzt, wo du sie, also einen Kinderarzt hat sie adoptiert? Ja, in Trier. In Trier und sie heißt Steffi. Das sind ja schon mal konkrete Angaben. Woher wisst ihr das? Das ist ja manchmal auch sehr schwer rauszukriegen. Ja, meine Mutter hat abwohl direkt gesagt, richtig, irgendwie, die Freunde, irgendwie einig. Ich weiß auch nicht so genau. Nun bist du sehr neugierig, verständlicherweise, auf deine Halbschwester. War deine Mutter in all den Jahren denn nicht auch neugierig auf ihr Kind? Ja, sie hat irgendwie auch Angst davor. Also wenn sie jetzt auf einmal da stehen wird, ja, hallo, hier bin ich, da hat sie irgendwie Angst, hat sie meine Mutter nicht akzeptiert und so weiter. Man weiß jetzt nicht, ich meine, da ist ein Kinderarzt, Doktor, wir sind eine normale Familie, so halt, da hat das vielleicht verunterschiedlich Sinn und so. Verständlich. Und da muss ich dabei sagen, ich habe noch fünf Geschwister, alle von einem Vater. Also die richtigen Geschwister sind das? Bitte? Das sind die richtigen Geschwister, die Vollgeschwister? Ja, ja, das sind alles meine richtigen Geschwister. So, und halt jetzt noch die Halbschwester. Ja, und ich denke mal, die Halbschwester wird das vielleicht auch interessieren, als noch sechs Geschwister. Na klar, na sicher. Du wundertst mich schon, dass du erst mit 14, ist ja noch recht jung, relativ jung, doch jetzt schon so interessiert daran bist, obwohl du noch viele andere Geschwister hast, dass du sie kennenlernst. Wie kommt das? Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich denke mir, vielleicht bin ich schon über den Weg gelaufen, wo ich irgendwie kaufe und meinen Trier oder sowas. Mich interessiert das einfach, wenn ich mir vorstelle, dass die noch zu unserer Familie gehört. Bist du denn jetzt der Einzige aus eurer großen Familie, der so klar sagt, ich will die nun endlich mal kennenlernen? Ja, eigentlich ja. Die anderen sind gar nicht so aktiv da? Nee. Und deine Mutter ist nach wie vor auch noch gebremst? Ja, also ich würde ja irgendwie Arabella oder was weiß ich, würde ich ja mitmachen. Nur meine Mutter, die ist ja so nach dem Motto, ja, wenn sie sich meldet, dann ist es okay, ansonsten nicht. Weil wir wissen jetzt auch nicht, ob sie weiß, dass sie adoptiert wurde. Ja, sollte man mal hoffen, dass sie es doch weiß, vor allen Dingen, wenn sie jetzt 21 Jahre schon alt ist. Ja, und ob sie es überhaupt interessiert und so. Das ist interessiert. Welche Möglichkeiten hast du denn jetzt überhaupt? Oder habt ihr denn wahrscheinlich kaum welche, außer an die Öffentlichkeit zu gehen, wie jetzt gerade hier in diesem Moment, ne? Ja, klar. Ich habe jetzt wenig intensiv gesucht, irgendeine Jugendämter oder was weiß ich da, da kriegt man eh nichts raus. Vor allen Dingen kriegst du keine Auskunft, da du der Halbbruder bist und 14 Jahre alt bist. Das müsstest du, wenn deine Mutter dann machen. Ja, klar. Also hast du gesagt, rufst du mal den Domian an. Vielleicht hört die Steffi in Trier oder wo immer sie jetzt auch leben mag, diesen Anruf hier. Ja, weil das natürlich für sie auch schwierig sein wird, das so zu identifizieren, dann einzuordnen, ne? Ja, klar. Die Geburtsrat zum Beispiel ist nicht auswendig. Das wäre jetzt auch noch gut gewesen. Das setzt natürlich jetzt voraus, dass sie weiß, dass sie adoptiert wurde. Sonst brauchen wir gar nicht reden, ne? Sonst reden wir in Schwachzeug. Ich meine, es ist logisch, wenn jetzt jemand in Trier, eine Stefan, die das hört und weiß, dass er adoptiert wurde, kann sie sich ja einfach mal melden. Dann kann die sich ja bei uns melden. Ja, klar. Und wir stellen zu dir, zu euch den Kontakt her. Ja, und deine Mutter ist damit auch einverstanden? Weiß ich nicht, weiß ich davon noch nichts. Ach, die weiß gar nicht, dass du mir angerufen hast. Nö. Na gut, das kann sie dann ja entscheiden. Also wir würden natürlich den Kontakt zu dir herstellen. Ja, klar. Und wahrscheinlich wäre deine Mama auch interessiert. Und sie hat verständlicherweise ein bisschen Angst vor der Konfrontation. Ja, ja, ich weiß ja jetzt auch nicht, wie sie trau ist und so. Genau. Aber Christian, ich finde das sehr nett von dir und toll, dass du dich da so interessierst und so viel Elan da jetzt reinpumpst. Ja. Vielleicht können wir dir helfen. Vielleicht, vielleicht, ne? Ja. Manch ein Zufall hat es schon bewirkt. Und wenn wir dir geholfen haben, dann werden wir noch mal miteinander reden. Ja, klar. Dann ruf ich nochmal an. Gut, Christian. Alles Gute. Schöne Grüße. Ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich zu Tausendsten. Vielen Dank. Ach, übrigens. Ich habe die Sendung leider nicht geguckt. Ja, das war am Montag. Da hast du wahrscheinlich schlafen müssen, ne? Ja, nee, ich gucke mal jede Woche. Komme ich zwar morgens in der Schule, weil es zu spät, aber... Ach so. Ja, nee, da bin ich eigentlich pennt um 10 vor 1. Ah, naja, ist ja nicht so schlimm. Alles Gute, Christian. Wenn sich was tut, werden wir uns bei dir melden. Okay? Okay, danke. Übrigens, nochmal zur tausendsten Sendung. Wir haben ungefähr, wir haben es immer einen Daumen durchgezählt, etwa tausend Glückwunschfaxe in der Nacht von euch bekommen hier zur tausendsten Sendung. Ich sage allen, weil wir können uns nicht bei jedem Einzelnen bedanken. Allen sehr, sehr herzlichen und lieben Dank. Da waren so tolle Sachen drauf und so freundliche Sprüche und Gedichte und Wünsche für die Zukunft und so vielen, vielen, vielen Dank. Stefan. Stefan, 22. Genau. Genau. Über was unterhalten wir uns? Über eine Identitätskrise. Die du hast? Genau, schon ziemlich lange. Warum hast du die? Ja, es hat angefangen so ganz extrem so Anfang der 90er Jahre. Da hat, wie gesagt, mein großes Idol ist Kim Wilde und ich fühle mich sozusagen eher sehr hingezogen, aber nicht nur, dass ich sie attraktiv finde. Ich wäre auch so gerne wie Kim Wilde und ich habe da natürlich mit Schwierigkeiten, die Leute verstehen das nicht. Die reagieren da nur mit Kopfschütteln und sie finden das, ja, ich habe das Gefühl, keiner kann das nachvollziehen. Also du wärst nicht nur so gerne wie Kim Wilde, sondern du hast nämlich das Gefühl, ich bin Kim Wilde. Genau. Ehrlich? So manchmal kommt es vor, wenn ich ihre Musik höre, dann fühle ich mich eher als welchen Star, als welchen Kim Wilde und das ist total krass. Die Leute, die nehmen das nicht ernst und ich leide wirklich darunter. Und das kommt daher, weil du dich wahrscheinlich jetzt zehn Jahre so intensiv mit dieser Frau beschäftigt hast und mit der Musik beschäftigt hast, dass das alles in dich eingegangen ist. Ja, das kann gerne sein, nur so lebens auch arbeitsmäßig und überall in der Schule habe ich darunter gelitten, weil ich deswegen gehänselt wurde oder sie haben mich in der Schule schon mit Kim angesprochen, weil ich da ständig irgendwelche Lieder von ihr gesungen habe. Also wie weit geht die Identifikation? Du kennst wahrscheinlich alle Songs in- und auswendig. Genau, ich weiß auch ihre Biografie. Die Biografie kennst du in- und auswendig. Ja, du bist ja ein Junge. Ich wollte gerade fragen, ziehst du dich ja so an wie Kim Wilde? Das wahrscheinlich nicht, weil du ein Junge bist. Doch, manchmal. Das auch? Ja. Sie hat so ein schwarzes Lederkleid in den 83 Mal bei einem Video gehabt und... Wie, jetzt läufst du im Lederkleid durch die Gegend? Also jetzt nicht öffentlich, aber es gibt so zum Beispiel Partys oder auch bei Geburtstagspartys von Freunden, da ziehe ich das manchmal an oder auf schwulen Partys oder sowas. Mhm. Und stylst dir die Haare auch so wie sie? Genau. Das auch. Stefan, du musst jetzt die Notbremse ziehen, Mensch. Ja, aber das Problem ist, ich fühle mich so als Stefan einfach nicht wohl. Ich fühle mich so irgendwie... Ja, aber das ist doch alles Lug und Trug, das ist alles Quatsch, das ist alles eine Maskerade, die du da betreibst. Du schlüpfst da in eine imaginäre Persönlichkeit, die es so überhaupt nicht gibt. Und du vergisst dich und dein Leben dabei. Ja. Wo soll das hinbringen? Du bist nicht Kim Wild, du bist kein Star, du bist der ganz normale 22-jährige Stefan, auch so und so, der das und das macht. Und kümmer dich um dich und nicht um diese Kim Wild. Man kann ja einen Star gut finden, aber das ist doch krankhaft, sich da so reinzusteigern. Ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich meine, es muss ja irgendwelche Ursachen haben. Ja, ist ja jetzt fast auch schon egal, woher das kommt. Und wichtig ist jetzt, dass du erstmal einen Schlussstrich versuchst zu ziehen zumindest, indem du dich ein bisschen entfernst von dem ganzen Theater. Das ist aber nicht einfach. Nee, ist mir klar, wenn man das zehn Jahre gemacht hat. Ich biete dir an, weil die Sendung gleich zu Ende ist, vielleicht auch nochmal ein paar Worte mit meinem Psychologen zu sprechen. Ja, das wäre okay. Dann leg mal auf und wir rufen gleich nochmal an. Okay, danke. Okay, ciao Stefan. Tschüss. So meine Lieben, das war es für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Kerstin Klinger, Hans-Jürgen Wilde, Axel Rottländer, Roland Lohr, Pamela Kuppay, Dirk Winnhüsen und Elke Büchter. Und unsere Themen nächste Woche, die heißen, in der Nacht von Montag auf Dienstag, nee, von Dienstag auf Mittwoch, ein Verbrechen hat mein Leben zerstört und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, mein Körper ist mein Kapital. In der Nacht von Montag auf Dienstag sind wir wieder ganz offen, so wie heute Nacht, für all eure Themen. Ich wünsche ein schönes und gutes Wochenende und sage bis Montag. Bye, bye.